Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ankündigung des neuen Themas für die nächste gefühlsbetont und gut erholt Sendung am nächsten Sonntag, den 15. November 2015. Und es wird ein bisschen eine spezielle Sendung werden, denn bei 1000 Abonnenten habe ich ja kein großes Bohei gemacht, nun habe ich aber die für mich magische Zahl von 2063 Abonnenten geknackt. Also wird es ein 2063 Abonnenten Special geben, das wird diese Sendung sein und aus dem Grunde werden ein paar Sachen ein bisschen anders sein, als sie es normalerweise sind. Zum einen das Thema und zum anderen werden wir das erste Mal in der Sendung einen Gast haben. Ich verrate noch nicht, wer das ist, aber ihr könnt euch darauf freuen und solltet dementsprechend nächste Woche auf jeden Fall mal reinhören. Und Thema wird dann sein YouTube, YouTube und Gaming zum Beispiel. Was macht den großen Erfolg von Gaming bei YouTube aus? Es gibt ja wahnsinnig große YouTuber, die sich ausschließlich mit Spielen beschäftigen. Das hat einen Teil des großen Hypes bei YouTube meines Erachtens nach mit ausgemacht. Aber natürlich auch, was ist die Zukunft von YouTube? In den USA gibt es seit ein paar Wochen dieses YouTube Red System, wo man für Geld eine Subscription kaufen kann und dann den gesamten Inhalt bei YouTube kostenfrei sich angucken kann. Da gibt es eine relativ kontroverse Diskussion drüber in den USA gerade. Dem würde ich mich gerne anschließen wollen. Da würde ich auch mit dem Gast und mit Thomas drüber reden wollen. Finde ich sehr interessant. Aber wie gesagt, eben auch Gaming auf YouTube. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen YouTube-Märkten in Deutschland, in den USA, international? Und das kann eine ganz interessante und ein bisschen eine andere Sendung werden, als wir es normalerweise haben. Wird aber auf jeden Fall ein Riesenspaß. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.